Beim letzten Mal, lieber Zuschauer, habe ich dir das Spionagemuseum am Potsdamer Platz in Berlin gezeigt und heute befinde ich mich auf dem Weg und werde dir das Kommunikationsmuseum in Berlin zeigen, was es genau da zu erwarten gibt. Bleib also wieder dran und lass dich einfach waschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.